Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine neue Runde Brawl Stars und zwar spielen wir heute die Wow2 9000 Trophäen Challenge. Ja es ist endlich soweit und wir fehlen noch 200 Trophäen, nicht mehr viele, sondern werden wir heute wieder 5 Runden spielen und dann mal schauen wie viel wir bloß gemacht haben. Und vielleicht in den nächsten Tagen haben wir dann schon die 9000, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir starten jetzt mal in die erste Runde, let's go! Natürlich ist das gut, dass ich jetzt zwei neue Boller habe, mit Kuo und mit Bivi. Der ist jetzt relativ schnell gegangen, um auf die 9000 hinzuarbeiten. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir die dann auch bald haben. Aber das müsste sich eigentlich sogar bald ausgehen. Am besten wäre es noch ein Nebwoller zu bekommen, das ist natürlich das Beste überhaupt. Aber ich glaube, das ist dann wirklich sehr unwahrscheinlich, da mir nur zwei Legendaries fehlen. Und Legendaries sind bekanntlich nicht einfach zu bekommen, aber vielleicht haben wir Glück. Damit würde das auf jeden Fall ganz einfach funktionieren. Aber wir machen schon mal Plus Trophäen auf jeden Fall. Und jetzt bekommen wir ein kleines Problem. Oh Gott. Wir sind einfach beide gestorben. Und ich werde noch fünf. Oh, schade. Oh, schade. Das war mal die erste Runde. Let's go! Gleich rein in die zweite. Heute kommen übrigens ein paar Videos online, da er 3 oder 4.5 Uhr vom Nürburgring läuft. Das ich auch wieder immer mitverfolge. Muss einfach sein, ist einfach Pflicht. Deswegen kommen heute ein paar Videos. Aber ich wollte das unbedingt auch machen. Da ich jetzt ja wirklich kurz bei den 9000 stehe. Normal mache ich das immer mit 8700 oder 7700 und nicht mit 8 hinten. Jetzt wird das erklärt, aber egal. Deswegen wird es auch schon Zeit dafür. Jetzt mal konzentrieren. Oh Gott. Na, das ist natürlich jetzt blöd. Ich komme jetzt unten in den richtigen Busch. Ich hoffe, sie sieht uns nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr gerne mal ein, wie ihr es sagt, haben wollt. Dann könnten wir nämlich mal in einem der nächsten Streams nicht genug Leuten, wie ihr es sagt, machen. Und das dann auch auf YouTube hochladen. Wenn jemand Lust dazu hätte, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir machen sie wieder. Ich hoffe, sie ist schon wieder drüber. Die hat die Ultima terrenled. Die hat die Ultima terrenled. Sieht sie. Die hat die Ultima terrenled. Die hat die Ultima terrenled. Die hat die Ultima terrenled. Und da kommt mir ganz nett. Oh Gott. Come on. Komm. Ich fahre noch besser, dass ich hier für geblatt bin. Sehr gut. Dritter. Ja, der Dritter geht sich leider nicht mehr aus. Aber zeigt auch unser dritter Blatt, das passt. Auf geht's in die dritte der fünf Runden. Let's go. Mal schauen, wie wir noch machen können. Vielen Dank an alle, die neu beigetreten sind im Club und allen. Also wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sind auch wirklich auf Twitch und auf YouTube bestimmt vielen, vielen Dank für den 59 Abonnenten. Das ist wirklich krass, wie es wirklich bergauf gegangen ist in den letzten Tagen und Wochen. Ich weiß wirklich nicht, was ich auch dazu sagen soll. Ich hätte niemals damit so gerechnet. Wow. Ich gehe jetzt schon müde. Mal schauen, ob wir noch die ganze Nacht mit der fünf Runde schauen. Wie ist es denn? Dann können wir noch strengend werden. Aber jetzt, wer mal wieder, woher es da gibt. Wir werden es nächste Woche samtags auf den Nieder. Ihr könnt euch gerne dafür anmelden. Und ich bin dort. Sechster. Mal gleich rein in die vierte Runde. Wir sind derzeit acht Leute beim Solo Showdown Turnier. Jetzt ist nächste Woche Samstag bereits start. Deswegen meldet euch noch fleißig, fleißig an. Wir brauchen mindestens noch zwei Leute. das пока. Wie. Die Karte, bitte. Wie, dannnutzen wir es. Wir brauchen die Karte. Und jetzt ist das hier. karl ist ziemlich stark gegen krow jetzt verlieren wir auch blöd wenn noch neun leute leben okay das könnte gehen das geht perfekt er weiß ich wieder drin bin er weiß es aber das ist wirklich wichtig okay um blodspotungen nach das ist mehr ok das war ein sehr knapper fight gegen karl aber am ende werden wir mit dem sieg belohnt sehr schön ich muss dich leider kurz wegschalten damit in aufnahme und ich würde sagen eine letzte runde haben wir noch und dann war es eigentlich ein sehr erfolgreiches video sehr viel bluster fehlen das passt würde ich mal sagen nur jetzt bitte nicht letzter werden jetzt einfach keine minister zu bekommen das wäre nämlich nicht gut das ganze wieder im eimer und so habe ich mich innerhalb von ein paar tagen auch erwarten gespielt also das geht mit diesem wohl wirklich krass gut ja jetzt verstehe auch warum da keiner war wenn Morte ist Morte könnten mir gefährlich werden ich habe mich nicht so viel habe ich will da wirklich nur dienen ich habe da meine Ulti jetzt hat er keine Schmerz mehr aber ich spare meine Ulti auf der Füge ist er los Aber somit machen wir auch nochmal Plus-Trophäen und das schmeckt, würde ich mal sagen, natürlich kann auch sowas mal passieren, aber das ist mir jetzt wirklich egal, denn Plus-Trophäen am Ende nochmal. Das war's, wir werden nochmal die Kiste öffnen, zum Upload. Da ist nichts Einglückes von der Firma drinnen. Vergesst auch nichts, uns am Club beizutreten AT1617, es werden immer mehr Leute. Vielen Dank an alle wirklich, die dabei sind. Und ich danke für's Einschalten. Ciao! Vielen Dank!